Willkommen zurück zu einer Wanderung im Endless Wanderer, heute mit Clair und mir. Wir machen heute mal nur ein Duo, denn wir spielen heute ein Bild von Shizuke Godless. Der hat noch nie, sein Bild wurde noch nie geuportet. Also sehe ich zum ersten Mal den Namen. Und er hat geschrieben, ich soll, ich schweige nicht zu Tode Sona spielen. Deswegen habe ich heute einen DJ Sona Skim genommen. Mit CDR Boots, Trinity Force, Infinity Edge, Rapid Fire Cannon, Bluetooth da unten, Lord Dominic, Regards. Ganz normale AD-Rune, Meisterschaft 1218 mit Thunderlords haben wir auch mitgenommen. Ähm, was noch? Wenn du mitlein gehst, achte auf Assassine und zweischnelliges Schmerz. Aber ich bin ein Botlein gegangen, das ist nicht so schlimm. Und Maxen tust du einfach den Q für den Hauptburst, dann W, danach E und klar die Ulti, wann immer es geht. Jo, ich hoffe du hast, spielst den und viel Spaß beim Zerrippen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dein Bild und auch für die ganzen anderen Builds. Ich habe mir 1 nach 3 geschrieben, ich soll einfach nur Riven Toplane spielen. Wäre schon Madness Monday genug. Wäre auch eine Idee. Äh, ja, Riven ist einfach, meine Riven ist einfach Next Level. Die ist so schlecht, das ist halt wirklich Madness Monday. Aber warte mal, wir sollten dir mal helfen, klar. Boah, jetzt hätte ich W-Skillen sollen. Ich hätte den so Eiskalt über die Wolke gekickt, den Grump. Boah, so nah geht richtig, warte mal, ich brauche mal einen Beat, Alter. Das ist auch im Laut. Alter, scheiß, Mann. Alter, ich bin so ready. Ich habe 16 AP, ne? Your body is ready? Ich habe 0 AP. Warte mal, die haben einen Gin. Das wird so weird aussehen, wenn ich mit Sona die einfach 2-hitte. Oh, 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 oh. Sie geben, ey, wir müssen vielleicht nicht weiter fighten. Das ist wirklich noch nichts. Oh, 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 oh. Können wir den töten, wenn ich den gleich mit Level 2 anflasche? Ja, können wir. Kommt echt nicht mehr. Ja, klasse, jetzt. Oh, Beast Mode activated. Ja, wir sind Bosse, Alter. Ich merke das schon. Alter, da macht der nix, der Boy, da macht der nix. Da macht der nix, der Boy. Pst, war da die Anstrengung auf nix dabei, oder was? Nee, nee. Du bist ja ein lustiger Knabe. Ich habe jetzt nichts zum Scheren. Oh. Oh, du hast gerade recht, dass ich S gedrückt. Ich habe es gesehen, ey. Ja, ja. Was? Ja. Ich will mir zuerst, glaube ich, Sheen mit Sona. Also ich soll ja Trifor spawnen. Ich glaube tatsächlich Trifor stehen bleiben, dann glaube ich gleich hinter den Tauern. Ich gehe da einfach weg. Trifor ist, glaube ich, tatsächlich sogar übel sick auf Sona. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal AP Sona gespielt und dann spiele ich ja auch Lichbane. Und das ist übel geil, Mann. Lichbane ist übel fett auf Sona. Alter, der Booty, ne? Guck ihn dir an. Warte, warte, ich nehme mich gleich mal in den Hintern hier. Komm her. Hättest du gerne, wa? Einen dicken roten Bullen erst mal. Au. Ich bin mal raus. Ne? Sag's noch. Ich bin mal raus. Wir wurden gegankt, weil du wieder nicht gewordet hast. Mensch. Ja, help. Du bist doch, dass du das vorhattst, Leute. Papa Kepo? Reporter Job. Stampede. Oh, ich bin dead. Oh, er auch. Der ist auch tot. Ha! Was? Oh! Wow. Das ist ja unlucky, Alter. Holy shit. Ey, aber diese Kombo, ne? Aus dem Festhalten vom Gin und dem Karma-Festhalten ist ja mega broken. Holy shit. Da darf ich... Fick dich klar. Kann doch mal sein, dass du ein ziemlicher Anti-Mate bist. Ne. Ich brauch nur einen Beat, Alter. Ja, mach mal. Fetzt mal den Beat um jetzt hier. Wichtig, wirklich fetzen. Schön gechillt. Ich finde, dieser DJ-Song-Skin ist einfach so episch, ne? Gibt nix geileres, ey. Ich mach. Ich mach nur. Bei jedem Lastet weg, Lastete. Hiiiiihihi. Gib mir dein Booty. Oh, ja. Er ist mir zu ruhig hier. Krassere Banger-Musik. Let's go, Alter. der reich halte die putte da nächstes meister tod der märkte dabei hier so ein bisschen aufklären im sowie es kommt hier nenne jetzt schön lass uns mal chillen bitte denkt dann wir haben wieder rex als mitte ich gehe mal hier worden kurz das mal bis zu level 6 warten mit 6 also das noch dauern okay manchen aggressiven bietern also aggressiv los einfach mal weg gegen den boy ein bisschen kohlen rein oder den krit will ich nicht fressen wo ich dir immer unterzähl so war was auf klug denkt er kann ich festhalten auf long range nachhaltigkeit aber drin doch nicht die falle kreuz sagen wir waren oder im zu beten müssen masturbate und hier sieht der schaden schon viel heftiger aus Bra, 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 bra. Bra, bra, bra. Ich hab jetzt genug für ne Kombo und in 10 Sekunden Flash. Ja, die machen mir fertig, die Fotze. Bra. Nicht texten. Alter, Udia! Ich hasse Udia. Der nimmt den Kill und Text, Alter. Das sind die übelsten Anti-Bade-Jungler. Der nimmt den Kill und Text, ne? Der nimmt den Kill und Text einfach. Ja, der nimmt den Kill und Text, Alter. Ja, er Text und nimmt den Kill. Versteh ich auch nicht, Mann. Er fliegt und hilft den Menschen und er fliegt. Mann, ja, wie geht er nochmal bei SpongeBob? Er fliegt und er hilft den... Ne, warte, wie war das? Das war das kleine Kind beim... Ja, ja. Er fliegt und er hilft den Menschen und er fliegt und er hilft den Menschen oder sowas, ne? Ja, warte, 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 irgendwas dummes, also was extrem dummes. Richtig, richtig, richtig hohles, ja. Ja, er hilft den Leuten, sagt er, glaube ich. Genau, er hilft den Leuten und er kann fliegen und er hilft den Leuten oder sowas, ne? Ja, er hilft den Leuten. Ich muss sagen, bis jetzt, ne? Was für Mattens Monday, Alter, das fühlt sich normal an, ne? Keine Ahnung, also die Mattens Monday-Bilds werden auch immer einfacher. Nächstes Mal, ich sehe es schon, komm, nächstes Mal ist so ein richtiger Spasti-Bild wieder drin, wo ich einfach den übelsten Baby-Rage fahre, ey. Ja, pass mal auf, pass mal auf, bald kommt sowas wie, ja, da musst du, spiel mal, spiel mal Kalista auf Infinity-Edge, Hurricane und Statics. Das ist genauso einfach wie das hier. Ja, und dann versuch mal, oder spiel mal Kalista und du darfst nie springen mit einem Auto-Attack. Ja, wenn du es machst, hast du verlauncht. Dann musst du direkt Alt-F4 drücken, wenn du es machst. Control, aus, delete! Control, aus, delete! Wow, warte, den T-Tag kann ich über Texte mit mir, irgendwie. Alter, ich potze dich weg, Potze. Alter, du hast ihn mir wieder weggenommen, du Knecht! Ja, ich muss gefeiert werden, du kriegst die Last, du kriegst die Kills. Ich bin AP. Warte mal, ich bin... Ich könnte mir jetzt jetzt diven, ne? Weißt du, was ich gemacht hab mit dir, hast du nicht gesehen? Ich hab dir meinen Beat in die Fresse geklatscht. Mein Beat in die Fresse? Ja, der Bass muss ficken, ne? So war er denn, der die Ausgabe. Der Bass muss ficken, das war der Mozart, der das gesagt hat. Der Bass muss ficken, genau, dann hat er gesagt. Der muss so richtig hart reinficken. Der Bass muss ficken, inhalieren. Ich glaub, da pinkt jemand gerne. Ich zone ihn jetzt mal von seinem Tower. Ey, hier. Bin da. Boah, der Ficker. Uuuuh, Fickerboy. Ich halte dich auf. Mach ihn alle. Ich kann ihn nicht alle machen. Bist du bescheuert, Mann? Guck mal mein Leben an. Hast du ne Macke? Ey. Bist ein ziemlicher Lauch. Boah, da bist du. Alter, hast du gesehen, wie ich den Lucien noch, äh, den Lucien, den Gin noch weggefickt hab? Habe ich übersehen, hab ich das. Der ADL ist da spielen, sollen so Bart, Bart, Perz, die übten Schellen verteilen müssen. Du bist ein Krankengiebe, ey. Ich hab in 30 Sekunden wieder Ulti ab, weißt du, was er bedeutet, Claire? Das heißt, dass wir in 30 Sekunden wieder reingehen? Ja. Und zwei Leute fiesten. Oh, der Z. Was kommt denn danach? Infinity Edge Rapid Fire Kennen. Ich glaub tatsächlich, holen wir danach erstmal Rapid Fire. Triforce Rapid Fire, das hört sich nach dem Plan an. What the fuck, he has three kills? Als ob der deswegen gestorben ist, weil der drei Kills hat. Ich finde immer so diese Aussagen, diese Aussagen von manchen Leuten, die sind übrigens geil. Der Bass muss ficken. Man nennt ihn die B-Zerstörung, nennt man sowas, Alter. Meinst du, der tut denen eigentlich sehr weh, dass sie gegen eine Alistair Sona Lane verlieren? Ich glaub schon, dass es ihnen wehtut. Ganz dolle. Ich glaube auch, dass die so richtig peinlich berührt sind. In 30 Sekunden hab ich Ulti, dann kommen wir wieder rein. Und nicht Ulti-Abteilung, bei jeder Ulti können wir rein. Der Bass muss ficken. Da kommt jemand hinter uns. Ja, einfach weiterlaufen. Ja, ich hau den um. Ja. Halt den mal weg von mir. Kommst du weg, klar? Mach zur Not Ulti. Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ist der Zett schlecht. Oh mein Gott, ist der Zett schlecht. Das war schon echt ein... Ja. Das war schon auf jeden Fall eine Nummer. Übelste Zerfickung. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Wir gehen wieder rein, würde ich sagen, oder? Warte, ich brauche einen anderen Beat hier, oder? Ja, der WQ kommt und zerberstet. Obwohl der mein Beat ist schon geilo. Der wegrennt, ne? Ich bin nur in seiner Nähe. Und der rennt. Rennt sich wieder die Zerficker-Aura. Der weiß das schon. Wie blüht, wenn er mir in der Nähe geht. Wie das aussieht, wenn ich quitte. Das ist einfach super lustig. Guck mal. Kommt da so ein übelster Beat angeflogen. Siehst du das? Äh, mit den Noten. Mit Tower-Difeln, übrigens. Ich platzi mich schon mal hier hinten. Push mal die Lane. Hier wird gedivet. Ich glaube, die haben da gewordert. Hier. Komm hin. Nee, nee, kannst du, kannst du vergessen, kannst du vergessen. Und lass dir bereit pushen, Matt. Da wird mir jetzt von der Monik gegen gerade. Okay, klar. Okay, alles klar. Gut. Alter, wer braucht dich schon? Wow, wie jetzt Batman gehört. Ich glaube, eine Mischung aus Adi und Api, Alistar. Alter! Ich hab kein Scher mehr. Dieser Sound von Alistar, wenn da jemand eine Schelle gibt. Einfach so. Wie so, übelst eine Bud Spencer-Schelle, ey. Übelst ein Keulen. Der übelst ein Beat-Drop hier mit der Sona. Ich glaube, wir brauchen mal einen anderen Beat, oder? Muss man hier ein bisschen... Ja, Beat, Beat, ey. Ja. Warte. Okay, geht's da und... Alles klar, ich schuze ihn raus zu dir, ne? Der Bus muss ficken jetzt. Der Bus muss jetzt ficken. Alter, wie der gefickt wird, ey. Das ist so geil, ey. Das war eine gute Idee mit dem Alistar. Das war ein bisschen Game hier. Auseinandergebekommen. Fick! Warum braucht da oben jemanden auf die Fresse, oder wie sieht das aus hier? Hier wieder finden wir niemand, Dachling. So, der Ulti wurde fast off-played. Aber nur... Klar, kannst du kommen? Warte. Wo geht's hier hin? Ja gut. Was? Warte mal, was? Was? Oh ja. Alter, dafür krieg ich bestimmt einen Gemma-Strike, Alter. Hundertprozentig, ey. Oh Gott. Ich hoffe nicht. So, wir gehen jetzt auf Rapid-Fire-Cannon und dann ficken wir den weg. It's Goodman. Da reist ihr alle. In der Luft. Was ist Hall Goodman? Oder welcher Goodman? Toll? Ist es Hall? Was? RIP! Und Macaronis, Alter. Wenn der Beat droppt, alt... Äh, 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 äh. Also, quasi, ne, quasi, wenn man, äh, irgendwie, man könnte so Sound-Packages für die DJ-Sona kaufen. Das wäre halt richtig fett. In eurer RP-Karten ist ein Sound. Du, 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 du. Möchtest also nicht zu mir kommen, ja? Nee, 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 nee. Ich mach dich, zerfick dir auch alleine. Jetzt grad nicht, aber sonst... Fuck me, wenn I follow. Es ist so... Es ist so geil, immer, wie die in meinem Normal-Game so übel ausrasten, ne? Die gehen immer so übelst Enrage. Das hat gerade geschehen, oh mein Gott, Alter! Das fuckt mich jetzt vorne ab, die in der Situation... Ähm, nö. Dabei... Damage ich meine, Alter, ne? Nein, okay. Das war mir. Kein. Alter, die... Die Yora, ne? Die wird langsam starten, so. Langsam wird sie still. Das sind jetzt noch Probleme. Ja, warte mal, ich bin Sona, Alter. Ich zerreiß die einfach. Wenn Sibi drops out. Careful Lee. Careful Lee? Ne, ist doch gar kein Lee. Hahaha, ich weiß nicht. Das war Fynn. Beide ich nicht. Beide ich nicht mal wie in. Das ist Jason. Der typische U-Dier-Geschwindigkeit. Jason? Ja, Jason, Mann. Die Jason den. Surprise, Alter. Ich glaube, der APL ist da unulti. Rapid-Fire-Kanon ist am Stehlo. Jetzt hab ich Ulti. Äh, Team? Gibt's auch ein Team ohne Feed oder? Alter, die WQ kommen, wenn ich jetzt da reingewallert, ne? Ich brauch'n Beat. Ich brauch'n CDR. Beat up. I just need CDR! Jaaaa. Morello. Billigste AC, erst bekauf'n ist Morello. Bam! Vernichtung! Slow! Zack, spür'n wir den Beat. �. Ohhh, du willst ain't da fick'n ? Alja der Beat, ne? Bummda... ...dim...da...dim...dim...da...dim...d考 forsk Lob Witt. no' hier...íd New Year mit. Game Music. Endgame Musik noch etwas episches sein. Gick. Alter. Song Alicestor kommt von hinten. Oh, jetzt sind die Jura. Fange ich alles ab, oder? Hm. Ähm. Schau mal, hat man jetzt nicht so optimal gespielt bei unserem Team? Nö, das stimmt. So, wen darf ich denn ficken? All righty. Alter, wie wir die wegficken! Die Lauchs! Guck mal, ich krieg mich nicht hier, äh, Fiora. Könnt ihr mal gucken? Hm, ich glaub, du bist tot, glaub ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaub, du bist tot. Guck mal. Wie denn? Damit ich in die Tauer rennen kann. Äh. Au. Guck mal, wie ich den Golem hier auseinanderprügel. Krass, Mann, du bist so eine Maschine, bist du, ne? Ich bin ein krasser Bänger, oder? Ja, du bist eine übelste Maschine, Alter. Maschine bist du, Mann. Kannst du mir auch Maschetti nennen? Den hab ich jetzt mal überhaupt nicht gecheckt. Weil Maschetti ist auch eine Maschine. Verstehste? Nein. Mio! Speed bump! Jetzt geh ich rein, Alter. Ich bin da. Alles klar. Ich bin da, ich bin da! Ich bin da, ich bin da! Alleyes on you! Sorry? Ich bin da! Alter, der macht uns peck! aha kiesi kiesi ich für ein krasser ficker bin der wusste gar nicht wo er vorn und hinten ist ob ich das ficken wir auch noch hier oh warte, warte Peter, mein Freund, Peter 3, 2, 1 ich bin da, Klo wie wird die ficken das ist natürlich auch ein Anarki, dass ich in ihren Stun reingüge wie ich die zerstöre äh, ich brauche ein Infinity jetzt wenn ich damit critte, dann ist es vorbei ich glaube, ich brauche mal wieder einen ruhigeren Lied damit der Kürzer sich so aufregt Wortgatitin Wortgatitin Riven, Alter, Riven Guuuuuut diese Spastis, Alter diese Permanentmusik, Alter Rap Schiisch Schiisch Schiisch, Kebab oder welches Schiisch? Kebab Rabatt am Dönerstand Ich bin da Ich bin da Ich bin geblockt, ne Go Hau Raum auf die Pusse Die Presse, Mann Oh, klar Ich bin Boys Oh, boah, hat sie geblockt, Alter krasses Biest Biest Oh, Fiora ist so ein dämlicher Champion, ne Holy shit, ey Die kauft sich einfach zwei Items und ist einfach wie ein Boss unbesiegbar Guck dir das an Tschüss Du Fucking Lodu Oh, yeah So, wen darf ich one-shotten? Hm, hm, hm Ich brauche noch ein bisschen Gold, dann habe ich Infinity Edge Der Bass muss ficken Komm bitte Ist mir zu ruhig hier Oh, Möle LOL Hahaha Oh Bro, Alter, geh einfach mal sterben Alles klar, gib mir Speed Habe ich schon Hab nichts, Möckler Chill, chill deine Peps Will ich lieber töten? Chill deine Peps Chill deine Peps Bitteschön Habe ich noch mal drauf gehen, ne Und jetzt, 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 jetzt Alter, ich hab mich fast insett Guck mal, der, wie hälst du nur einen Topf machen müssen Ich wohnt heute nicht fast Na gut, also Fiora ist natürlich Topf, ne Boah, Alter Da ist der Bass Und Boys Die Fickung mit dem Bessen, Alter Der Bass, der fickt einfach alles Gute alte Mozart, Lohner So, jetzt, weißt du, was jetzt passiert? Jetzt habe ich gleich Infinity Edge und noch einen BF-Sword, Alter Die übelste Fickung, ey Eikaramba Mamma mia Mich wundert gar nicht, dass die, äh Mich wundert, dass die gar nichts kommentieren hier irgendwie So, das ist ja mutig, was du da machst Ich dir, ob ich mal so sagen darf Also die Riven ist auf jeden Fall an der Stelle schon mal Dropped Keine Grüße an sie auf jeden Fall Das ist aber jetzt fies Ich komme auch klar Ich bin auch da Hi Gib mir jetzt fies Alles Ich glaube, ich habe mir gerade übelst Alles gebrochen Fuck, ey Übelst der Headbutt gegen die Wand, Alter Übelst der Headbutt gegen die scheiß Mauer, ey Alter, ich brauche einen Ficker-Beat Bist du bereit? Ja, los, mach den Ficker-Beat Ficker-Beat Ähm Ich komm Hier Ich komm Der Astral Damage, Alter Hier irgendeine mit, wenn ich herkomme Wir machen die Auseinander Wir machen die Auseinander Wir machen die Auseinander Wie wir die weggefickt haben Ja klar, ich brauch noch ein bisschen Gold für BT. Ja, dann go, jetzt Gold. Shit, shit, shit. Da. Bonshotten. Ich mach den, ich mach den ungefähr auf 20% Leben mit einer Combo Plus Hit. Büssi, Büssi. Wie Damage ich einfach mache, ey. Das ist nur die Tarnet. Holy shit. Alter, AD-Sona. Kennt ja jeder. Oh, jetzt bin ich dead. Oh, shit. Hä, ich hab jemanden gekillt. Hä? Warte mal, what? Watson? Hä, warte mal, ich bin tot und kill jemanden? Ja. Alter, Watson. Alter, jetzt geht's richtig ab. Jetzt hab ich BT auch noch. Was brauche ich noch? Lord Dominic Reards. Die haben zwar keine Armor. Alter, wie der den weghaut. Wie der den weghaut, alter. Holy. Oh, Clue. Leute, die hat die QSS, die hat Mercurial benutzt. Au. Au, au. Au, 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 au. Ist ja nicht so, als wenn ich gerade die Karma gewonshottet hab, ne? Aber hat er halt niemand gesehen, ne? Aber alles klar. Ist geil, ne? Wie wir einfach unser Team hat 38 Kills, davon haben wir 28. Ist echt geil. Muss sagen, das läuft bei uns. Also unsere 1,9 Riven, die geht auf jeden Fall richtig steil. Die geht auf jeden Fall Richtung Master, dieses hier, glaub ich. Ich komm jetzt an den Schlüssel, Mann. Du, 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 du. Auf jeden Fall krass, der ist hier. Boah krass. Blockiert, Mann. Oh Gott, Klo, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin dead. Fuck, Alter. Dieses Immobilien da rumhängen, da muss ich denken, scheiße. Alter, da bin ich da, da bin ich da. Für heute teilt die Scheiß Fiora, Alter. Oh, shit. Alter, bin ich da mit meiner Kompo reinfaller, Junge. Ja, RIP. Die Kameras da unten, die will ich jetzt in den Wohnen schaffen. Do it. Do it like you never did before. Da ist er. Ich habe die Kamera gefunden, da red. Ich kann leider meinen Beat nicht ändern, weil ich tot bin. Ich kann sagen, ich will den Tod bis dein Beat weiterspielen, Leute. Ich will einmal das Augenmerk auf, äh, nach mir die hat. Und lass, da hat sich dich drauf. Hilf mal den Boys, klar. Der starke AP. Hilf mal den Boys. Ja. Ich komme auch hin. Die werden halt niemals denken, dass wir den machen. Safe Call. Ja, nee, gar nicht. Du machst gar nichts, du verdammter. Wie du den einfach tötest. Du hast ihn angepimmelt, wenn du ihn schießt hier. Er kommt weg, ey. Richtig gut, ey, wie du den einfach weghaußt, ey. So richtig, die richtige Nackenklatsche, ey. Alter, ich will den nicht, ihr hätt was. Ja, nein. Mates, warum feedet ihr jetzt rein? Alter, die hat mein Control, das hat mich einfach reingelenkt. Das ist mein Control, lol. Du, 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 du. Du, 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 du. Der Bass pumpt uns richtig. Alter, wie viel Damage ich mache, Alter. Das ist echt unnormal, als. Hatte ich gleich mal an der Fiora-Test. Ui, ui, ui. Oh. Skull, 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 skull. Oh, lol, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich mach die Fiora auf, die will ich nicht an uns vorbeikommen. An diesen Linien lasse ich dir nicht vorbei. Da braucht hier jemand irgendwie ne Nackenschelle oder so, oder wie sieht die da aus? Fahr mal rein, Headbutton. Das ist der Maske-Heal-Boys. Wir wollen gleich ein Headbutt-Kombo auf die Karma hier. Wuhuuu! Let's go! Hier ist die Karte! Macht sie alle die Posse, ja! Alter, easy game, man, lass' gesehen, wie die Karma geweckt hat, was hat. Da fehlt doch hier direkt die Tag-Live-Mucke. Nein, klar! Alter, nachher krieg ich noch den übelsten Gamer-Strike, weil ich jetzt Luke-Dog die Musik abspiele, ey. Fick mich die Gamer erstmal. Wir haben da gerade einen 30-kündigen Abschnitt von Tag-Live abgespielt, das ist nicht egal. Oh shit, Mates! Alter, 18-4! Madness Monday! Was ist das? Was soll das sein? Ich versteh' das nicht! Alter, das war, glaub ich, echt eine der lustigsten Runden, die wir seit langem hatten, ey! Ja, vielen Dank nochmal für die Suchgegottnis für dein Bild und vielen Dank für die, die ihn abgeburtet haben. Hat echt sehr viel Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht. Wir hatten zwar die übelsten Babos auf der Borderline, aber wir haben die trotzdem gebumst. Ja, das war also schon mindestens Fall. Und, äh, ja, schreibt ein weiterer Bild rein, aber fürs nächste Mal. Und, ähm, schreibt das in die Kommentare. Bis dann, haut rein! Bis dann!